Für mich ist der Tag wirklich optimal gelaufen. Alle Helfer, die aufgeboten wurden, waren zurzeit hier. Die Maschinenaufführung ist perfekt abgelaufen. Wir konnten eine gute Präsentation machen. Die Leute haben sehr intensiv und lange zugehört. Es hat niemand miteinander zu reden, weil es ihnen nicht interessiert. Sie sind von A bis Z bei jeder Maschine, die vorgeführt wurde, interessiert. Sie haben Zeit auf dem Feld verbrochen, nicht in der Festwirtschaft. Für mich ist es ein optimaler Anlass. Und vor allem haben wir uns auch als Anbieter, als Importeur oder auch unser Stützpunkthändler wirklich vor einem super Publikum präsentiert. Auf Wiedersehen!